Na hallo, hier ist euer Pauli. Tja, was denkt ihr, was das hier wohl hier ist? Ein Zelt? Nee, nee, wir haben uns unseren eigenen Regenunterstand gebaut, weil gerade, gerade regnet es richtig schön. Wir sind hier oben im Berg. Hier ist eigentlich ein Picknickplatz. Wisst ihr, sie haben hier gepiknickt. Und jetzt regnet es. Der Kai, der ist in die Toilette geflüchtet. Hier gibt es nicht nur Toilette, da ist es auch trocken. Hier ist Martin. Hallo, hier bin ich. Ja, heute, heute ging es von Elb-Espalion bis nach Goliath. Also wir haben ungefähr schon so, na ja, 20 geschafft und sieben sind ungefähr noch. Jetzt haben wir den Regen. Jetzt haben wir den Salat. Von wegen Salat. Die paar Tropfen machen uns doch nichts hier mit unserem tollen Dach. Ja, wir hoffen, dass es nachher, wenn wir von dem Berg wieder runter müssen, ein bisschen hoch geht es noch, dass es denn wieder aufhört mit Regen. Das wäre schon ganz gut. Stimmt's Martin? Ja. So, jetzt kann ich euch mal unseren neuen Reisekameraden vorstellen. Der steht da hinter mir. Guck mal, wie heißt du eigentlich? Hallo, ich heiße Kai-Peter. Kai-Peter? Kai oder Peter? Kai und Peter. Du hast zwei Namen? Ja, manche haben sogar noch mehrere Namen. Bist du reich? Oder wie kannst du? Ich habe nur einen. Ich heiße Pauli. Reich an Spaß und Gefühle. Pauli, hallo Pauli. Hallo. Schönen guten Tag. Ich habe dich gern, ne? Das ist ja nett. Und wo kommst du eigentlich? Wieso kommst du hierher? Und was machst du hier? Was ich mache? Ich pilgere ein bisschen auf dem Jakobsweg. Ach so, auch. Das ist ja zufällig. Wir auch. Mensch, das passt ja. Ja, ich wollte euch ein paar Tage begleiten. Warte mal. Wollen wir den mitnehmen? Na klar, den kenne ich doch. Das ist ein Freund von mir, ein Pilgerfreund. Meinst du, der wird auch mein Freund sein? Ja, definitiv. Na gut, probieren wir es mal mit dir. Krieg ich mal Probezeit, ne? Ja, sagen wir mal so sechs Monate. Wenn du die durchstehst, dürfst du mitkommen. Dankeschön. Bitte. So, ich glaube, unsere Sendezeit ist um. Der Martin hat mal wieder so viel gequatscht. Stimmt gar nicht. Doch, guck mal. So, jetzt mache ich mal aus hier. Warte mal.